joo hallo hier beim homi homi ja heute mal mit einem kurzen video das gameplay ist mal wieder vom boba fett da ich meine hdpvr leider noch nicht bekommen habe und es ist ziemlich kurz deswegen bereite ich mich hier auch jetzt mal also ich habe mir heute mal hier das erste mal was aufgeschrieben nämlich als erstes als ersten punkt habe hier stehen nämlich der freund vom trieger der kam mir bis zur zeit nicht also in der zeit in der ich meine hdpvr jetzt noch nicht habe ich kann mir vielleicht ein gameplay aufnehmen dass ich dann kommentieren kann und genau so noch zu dem gameplay hier an den rennen das liegt so ich habe also es liegt an dem dass ich hier das video runterlade von youtube und da ist einfach mein converter also dieser downloader da der macht einfach diese wenderein tut mir leid und ja oder boba fett abonnierte die gegner mit der mpc mal wieder und joo dann als zweiten punkt habe ich hier stehen nämlich habe aus der stadt ja aber special das dann wahrscheinlich bald kommt wird und es ist ein großes also das nehmen die jetzt keine ahnung also hier nicht 120 kommentare oder mehr teile seien es einfach einzeln kommentare aber das nicht kommentator also lasst euch überraschen und joo dann gibt es noch hier ganz wichtige informationen und die endgültigen informationen zum acm joo also das erzählen ist jetzt so oft eröffnet der kanal ist da die facebook page das konto twitter account und 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 wir haben jetzt hier alles eröffnet und so und jetzt kann man auch wenig videos bei uns einschicken sozusagen kommentiert natürlich und die ganz hochladen joo also wie kommt ihr ins acm das fragt ihr euch natürlich jetzt und das ist eigentlich ganz easy ihr schickt uns einfach nur nachricht hey ich würde gerne hier hier das acm joinen sozusagen und tauscht euch auf mit anderen was ihr da machen wollt und dann schickt es einfach wir schauen zusammen und dann laden wir es wahrscheinlich hoch oder sehr wahrscheinlich sogar joo dann wollte ich noch sagen genau hier zum acm wir haben uns jetzt da welche rausgesucht also wir haben uns kommentaren rausgesucht die noch nicht so viele abos haben so um die 20 bis 400 sage ich mal was ja eigentlich eh schon viel ist und die steht dann unten in der video beschreibung alle verlinkt natürlich da könnt ihr alle bei dem vorbeischauen und das sind einfach mal hier also wenn ihr das video seht schaut auf jeden fall in die video beschreibung weil wir haben euch dazu sozusagen ausgesucht und wenn ihr da Bock hättet könnt ihr gerne mitmachen und joo das acm also da sind jetzt die verwalter die offiziellen der brigad der mandogiano oder besser gesagt in phoenix weil er hat zwei accounts das sind jetzt dann die verwalter und joo ab und zweiter account ich habe jetzt nämlich meine ps3 freundesliste voll also da passt niemand mehr hinein und da wollte ich einfach mal so sagen also ich habe mir ein zweiter account erstellt nämlich der heißt kurie unterstrich also c u r y unterstrich und den könnt ihr zufügen wenn ihr bock habt mit mir zu zocken und falls ich noch weiter ich sag mal steige also wenn ich mehr abos bekommen und joo das war es eigentlich im großen und ganzen er kriegt jetzt noch die moab aber ihr seht schon es ist aus joo und ich verabschiede mich sein score ist 24 zu 0 ich hoffe es hat euch gefallen und joo bis zum nächsten mal nur ein kurzes update video und bald bekomme ich meine hdpvr dann kann ich euch regelmäßig videos bringen und ihr könnt euch schon auf das nächste kommentare freuen denn das wird wieder mal ein geiles thema wie ich finde und genau bevor ich es vergesse schaut noch bitte beim 422 lightning vorbei da habe ich mir einen gast kommentare hochgeladen jordan bis zum nächsten mal euer homi homi